Ich würde sagen, Thift geht solo, wa? Das sind schon krasse Gegner. Ja. Galio hat letztes Mal mit Blizzcrank Alistar so aufs Maul gekriegt, den haben wir mal als erstes gegrabt. Der war so schnell tot und dann hat der mit der Mitte gewechselt ab Level 3 oder so. Und in der Mitte war er schon Level 6, ja super. Ist Sinn bei euch auch weg? Wir haben eine Warwick. Ach, Warwick, ja, man ist da. Oh, wir haben alle den Skin außer die dummen Morgana. Und der Trisskin zählt ja eigentlich nicht genug. Ja, ich hätte lieber Diona spielen sollen. Ich hätte wenigstens das Kind. Zwei hätten wir halt hundertprozentig verloren, aber Skin. Ja, Skin gleich Skill, also hier. Wer keine Skin hat, der kann nur schlecht sein. Skin größer Skill, ja. Ja, Skin, Skin to win und so. Ja, schön ist, die haben noch ein Exor. Ab 20 Surrendern immer die, die ohne Skin sind. Ist halt so. Vor allem der Lichsinn von denen der Dragon nicht nur ein Ghost und Clash. Das ist eindeutig das Beste auf Lichsinn, hallo. Ja, Exor ist total überbewertet. Vor allem kann Lichsinn sich nicht weit genug Port mit seiner Attacke. Na, dem wird das überhaupt nichts bringen, weil wir ihn erstmal in den Griff bekommen. Wen spiele ich denn? Wegen Ash? Oh, nee, Fizz. So, du weißt, wie sie läuft, dass es dann hochhauen, ja. Ja, klar, habe ich schon. Scheiße. Und ich spiele jetzt erstmal Power-Fizz. Wenn wir nicht in den Busch laufen, dann warten wir bis Level 2. Eben, dann werden sie gegrabt und wegehauen. Und das Schöne ist, die Fokus auf mich, weil die denken, dass du viel Leben hast. Aber in Wahrheit habe ich viel mehr Leben, weil ich 400 Bonus-Leben habe durch meine Hilfbox. Ach. Und da habe ich gerade viel geredet, ohne Luft zu holen. Ich bin schneller als der Blitzcrank. Ich bin nicht größer als so. Ne, breiter meine ich. Oh, ja, du Scheiße. Sie hat die Dingser schon... Fail, fail. Sie hat die Dingser gerade geschossen. Ja gut, ich denke, wir fokussen in Galio, weil die Ashi eindeutig zu viel Leben hat. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Leben die Ashi hat. Nein, wie kann Galio 761 Leben haben, wenn er Mickey Pelle hat? Durch Ruhen, dann hat er nichts an Ability Power Ruhen oder so. Ich will ihnen so ein Gesicht geben, ich will ihnen so ein Gesicht geben. Denkst du, ich habe meinen Hook geskillt, den Hook? Habe ich aber nicht. Wir warten hier dann einfach. Wir haben keinen Clearwoyens, das heißt, sie sind ziemlich am Arsch. Selbst mit Clearwoyens, was bringt den das? Wir werden die doch trotzdem rausziehen. Ja, rund 8 Sekunden und nein, aber wie viele Sekunden ist Clearwoyens jetzt? Ah, keine Ahnung. Wow, der Wurken nicht mehr mit den Würfen, der kann die ohne Lebensverlust machen. Hoffentlich hat unser Warwick die Eile Checkung. Ah, Johnny, das geht nicht gerade. So, da hat die Ashi nehmen. Ah, der Flasht. Naja, der Flasht. Der Flasht. Mann. Ja, das Schöne ist, wenn wir jetzt erstmal der Witzweiß sind, ist sie am Arsch. Au. Hm, mich triffst du hier nicht. Go job. So, ein Minion noch oder zwei, ich bin mir nicht sicher. Eine Minion. Sie ist tot. Ah, zu viele Millions, glaube ich. Los, geh drauf! Ja, okay. Wow, ist der dumm. Ah, fuck. Ja, das habe ich nicht erwartet. Fuck habe ich nicht erwartet, ey. Na, das ist schade. Wäre Schakko nicht gekommen, wäre er noch tot, weil man eine Hochrat ab war. Oh, na gut. Wir haben Ashy getötet, als Second Blood leider nur. Er ist ein First Blood gewesen. Der Fizz? Fizz fehlt übrigens. Er ist aber gerade, er ist abgehauen. Oh, er hat gewechselt. Ashy ist in der Mitte. Hau ihn hoch! Und den Fizz weg, den Fizz weg! Hau ihn weg! Nein, nicht zu mir! Let's get in range! So eine Verarsche, so eine Verarsche, dieser Spell. Ja. Sorry. Egal, fast beide tot. Ja, wow, wir hätten den einen noch töten müssen. Ja, eigentlich schon. Ich habe ihn extra gegen die Wand gewertet, aber egal. Hat nicht ganz gereicht. Mann, hätte er sein Tri-Spanish damit benutzt. Oh, der bleibt noch da. Ja, weil Ashy unten zu viel gefokust wird. Nein, ich habe es versucht. Oh, Galio. Nein! Fast verreckt wieder. Nein! Nein, nimm mich her! Let's get in range. Oh, der Klaus. Nigga, in neun Sekunden. Wir haben Zeit. Man, ich habe beide fast erledigt. Weißt du was? Töten wir einfach den Galio. Ready? Aim? Fire! Skill. Good job. Dao! Juh, hab ich jetzt viel Gold. Komm schon! Oh mein Gott! Hey, da ist ein Chaco mit ganz wenig Leben. Oh Gott. Wo ist der? Ich hatte etwa 50 Leben. Oh, hab ich geknallt mit. Wo ist der? Hey. Ich gehe mal kurz B, ne? Dann muss ich den Fisser jetzt ganz alleine töten, oder? Haben wir viel Stun? Haben die Stun oder so? Ja, Ashy, ne? Und Galio. Beide Ultis. Ah, so hole ich mir doch einen Mercurial-Chat. Ja, oder solltest du. Wieso sehen wir den Fiss eigentlich ja jetzt nicht mehr? So. Ich hoffe, dass unser Gold-Legang kommt am Fiss, damit er wieder Gold bringt und dann können wir den Fiss töten. Wie der Galio die ganze Zeit lasten und pushen. Also nicht wirklich lasten. So, auf die Plätze fertig. Okay, obwohl, ne, ich bin noch nicht Level 6. So, die wissen noch nicht, dass ich Level 6 bin. Boah, dieser Warwick, Alter, komm schon. Mach kein Shit jetzt. Pass auf, du stirbst. Hey. Nein, nicht du. Einfach den Galio nehmen. Hey. Ach, mach dich bereit. war wollte mich nur töten das war genau auf es hier aufpassen aber ich steh mal hier die nächste stelle du bist es da an dich und tot ist aber ich bin mehr schaden als wenn normal ich werde das oder so weg weil ich mit dem Laufen war und vor allem gegen die Boxen von Chaco hilft das auch ja wieso konnte ich gerade sehen wie die Sin sich dieses Teil für Frozen Mallet gekauft hat wenn er tot ist und sich das kauft dann siehst du es geil also das ist eine Sache die sollte man eigentlich wissen dann bleib da bleibt das doch noch genug für einmal hochfahren oder und einmal und einmal Hedbon das ist perfekt es ist egal der macht die gleiche, jetzt ist halt die gleichen Fehler Spasti guck dir meine Zeit naja um als ob war zu schnell es stimmt nein das ist nicht zu schnell das hat den Wert der Schicht wo auch waren das was die Louis ist auf einmal nur um dich zu kriegen und vor allem der Galio hatte 50 Leben wir sind in der Rang hast du die Fizz-Ult hier auch abbekommen oder was ne der ist noch nicht Level 6 Sneh ihn doch oh Gott kommt er hier entgegen naja er kommt zurück was hat der denn vor gib sie ihm schweig vorhanden nur so gut die Leute die es dort werden müssen aber egal ob sie gleich nicht darin auch für das war alleine keine Chance gegen mich ich komme auch noch nicht hin mach ruhig hier an, du hast keine Not, jeder Flash hab ich auch nicht ready ich hatte null Mana für nichts du kommst mir hier nicht weg für sie vielleicht kommt er doch weg der Kalio von denen ist so schlecht den töten wir jetzt einfach oh nice, alter gib sie ihm du bitch der Sinn kommt zu dir von oben ah der Scharko ist hoch nein das war nicht so praktisch 10 Sekunden hab ich hier ready dieser dreckige Abstauber wieso haust du ihn denn nicht hoch wieso hast du nicht Insta hochgehauen ich hätte noch leben können boah krass man ist der lebensmüde beide sind lebensmüde Looooool geil Leute Geis alter epic Ulti Tank FT to greedy aber krass man wieviele helft was hast du denn du schon gekauft du hast auch Gold und een Armor wieso das ist voll viel raus man der holt mich voll umicy Ich bin, äh, die Runen haben nur Heelsregen drinne. Oh, lol. Lol, lol, lol. Ich hab nur Heelsregenruhen drinne, also. Ne. Lol, die Box, fuck. Ist die schlecht. Nice, hab ich noch ein Level abgekriegt. Und go. Galio, ich liebe dich. Nein, nicht schon wieder. Zu viel Schaden. Oh mein Gott, jetzt würde ich hasse ihn. Nein, nein. Oh, krass. Läuft mir immer noch hinterher. Leute, ich brauch Hilfe. Hüße. Lappen. So ein Lappen. Habt ihr den hochgesehen? ist er gestorben ist wieder zurückgesprungen mit seiner blöde pingpong alter nein ich wollte den Schako okay für eine kommen brauche ich gleich noch genug ich auch noch ich nehme einfach den Galio ja was vier Sekunden drei Sekunden oh man ey fuck Skype ey andere sollten wir einen such dir irgendeinen aus er ist sofort ah sorry ja knappe Sache fast hätte ich überlebt ey was wolltest du gerade mit André André wollte gleich auch eine der will gleich mitzocken aber gleich ist Schulanmieter da ne ich weiß nicht wie lange wollte Schulanmieter weg sein ich muss gleich weg nur so passt dann so ruft den André da mal an wenn ihr Zeit habt gut hallo André guter das ist doch noch gemeint und heute kann ich es bei der Zeit auch noch auch 70 Gold heute Töte in die Sinderkonten BW die noch erhältlich noch er hat das kraft wird hochgekommen egal ich lass mich um ein kopf um ein kopf um ein kopf ich komme einfach so wie er sich über den fest der damit da oben das war um da lebst ich würde mich aber ich habe hier die auch noch So, Shaco töten. Der hat Blue-Buff. Ja, okay. Aufschlub, jetzt fertig. Wir nehmen Ashi, weil der Shaco einfach wegjumpt. Na klar! Exhauste mich ruhig, damit ich den Kill nicht bekomme. Na klar! Throw Exhaust. Ich mein, das Exhaust hat ja seinen Zweck erfüllt. Ja. Damit der Carry den Kill nicht bekommt. Ey, wir sind aber auch gemein, man. Dieser Warwick geht verprü... Ah ne, alles für Exhaust. Die ist die einzige mit Exhaust im Team und die ist so schlecht. Oh, der Galio trollt! Guckt euch seine Items an. Was holt ihr denn? Der hat die drei Elixiere. Ach so, okay. Nee. Nee! Au! Oh, das ist einfach nur lustig, wie die Leute fehlen da gerade. Hm. Der Galio trotzdem richtig viel heben. Ich gucke mal gleich über your boy, ja. Ist mein Hook überhaupt so lang, frage ich mich gerade. Ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei. Nein. Ja, ich mach's noch schnell, der Red. Ja, ich mach's noch schnell, der Red. Was versucht ihr, Ashida? Cool zu sein. Und ich mach's noch nicht mehr. Ich mach's noch nicht mehr. Aber ich bin noch nicht mal Level 8. Hallo, Riechen. Wie geht's dir? Komm her. auch ja auch ab 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 Töte den Töte den der C in Fils ich habe den Verbruch gekriegt noch der Schraube hat gar den Änderungen wollen ich bin aufschlussbekommen, los, 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 los los, 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 los los, los, los los, 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 los Sprinten! Hin mir kommen! Oh, man sieht mich nicht! What the fuck! Das ist nur bei diesem Scheißding. Wären wir das andere Team gewesen, hätte man mich gesehen.